Die EL34 von JJ zeichnet sich durch eine neutrale Klangwiedergabe und einen universellen Einsatzbereich ab. Sie verzeiht sehr viel und gehört dennoch zu den etwas wärmeren Röhrentypen. In den folgenden beiden Soundclips könnt ihr die EL34 mit allen anderen EL34 Typen vergleichen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.